Hey, willkommen zu einer weiteren Happy Wheels, heute mit dem Level von... Oh, super zocky, GLP TV Zwita Pogo. Hier nochmal eben für alle, ich werde jetzt nicht mehr nach GLP TV suchen, sondern nur noch nach GLP.TV. So, wir gehen jetzt mal rein. Na, hier ist ein kleines Pogo Level, viel Spaß beim Spielen. Oh, das ist aber nett. Das ist aber nett, dass du noch erklärst, du die Amis. Oh, wow. Das ist aber sehr anstrengend, der Versuch, die Leistung von jemandem in einem Wort zu beschreiben. Oh, das ist aber ja, okay, das war aber jetzt nicht unbedingt ein Wort. Cute. Wood. Naja, aber man muss sagen, der Hintergrund ist viel, viel entspannender als knalliges Rot. Ach, der existiert sogar, cool. Das ist ein echter Cock, Leute. Alter, Alter, boah, krass. Wie hast du das jetzt rausgefunden? Hier ist nichts Gefährliches. Echt nicht. Oh, das Kitzel... Hey! Hä? Verstehe nicht. Verstehe nicht, wie man da sterben konnte. Komm, oh. Weißt du, der Char überlebt meistens so viel und so eine Scheiße tötet den dann einfach. Unfassbar. Äh, zwei Sachen, die ich in den Kommentaren, oh, vom letzten Part gelesen habe, möchte ich hier nochmal ganz kurz... Nein! ...erwähnen. Äh, einmal, was denn jetzt mit dem Special, äh, mit meiner Mutter ist. Also, falls ihr das nicht mitbekommen habt, ich glaube, ich wollte bei 600.000, ich glaube schon, 600.000 Abonnenten, einen Happy Wheels Part mit meiner Mutter aufnehmen. Und, ja, ich habe das halt natürlich erklärt, worum das jetzt gerade nicht geht. Und, äh, der Typ scheint es... Ah! Ach so, das meint er damit. Nicht zu verstehen. Das, äh, meine Mutter ist gerade weg. Ich kann das überhaupt nicht beeinflussen, wann der Part kommt, weil meine Mutter einfach gerade weg ist. Und ich somit einfach warte, bis sie wiederkommt und dann kommt der Part. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch dauern wird. Ich meine, ich könnte fragen, aber das, äh, das würde ich dann sowieso wieder nach fünf Minuten vergessen. Also, ich schätze mal auf jeden Fall noch länger als einen Monat, wenn ich sogar noch länger. Ich habe keine Ahnung. Ach, 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 ach. Oh, das kitzelt. So, und die andere Sache ist die Sache... Och, nein, 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 nein. Man muss ja sagen, ich bin eigentlich einer, der schon für Abwechslung bekannt ist. Und in letzter Zeit gibt es halt... Also, eigentlich gibt es immer noch viel Abwechslung, wenn man es genau nimmt. Äh, ich meine, ich leite ja jetzt nicht unbedingt jeden Tag immer dasselbe hoch, bis auf jetzt... TTT, aber das ist ja klar, das ist halt eine Reihe, die fortgesetzt wird. Ähm, es kommt gerade einfach nichts raus, wo ich mir denke... Cool, yeah, Projekt. Das sind alle Spiele, die einfach von Early Access misshandelt werden. Ich hasse das. Da kommen geile Spiele raus... Und sind dann eben noch in der Alpha. Und dann bleiben die einfach in der Alpha, weil sich die Entwickler denken... Boah, cool. Early Access, jetzt bin ich reich. Die haben 5000 Mal mein Spiel gekauft. Ich habe aber keine Lust mehr auf das Spiel. Ich entwickle da jetzt nicht weiter dran. Nein! Nein! Och, Mann! Ja, Beispiel, Seven Days to Die, wollte ich ja nochmal gerne angucken, aber mit Sicherheit nicht nochmal in der Alpha, auch nicht in der Beta. Frühestens, wenn das Spiel richtig released wurde. Starbound oder Cube World. Alle Spiele, die einfach nicht weitergemacht werden. Okay, Starbound schon, aber... Äh... Cube World eben null. Ich meine, in letzter Zeit hat er zwar wieder damit angefangen, aber... Alter, einfach mal eine Pause in der Alpha machen geht in meinen Augen... Überhaupt nicht. Da hätte man wenigstens, ich weiß nicht, irgendwelche Leute einstellen können. Ach, ne... Oh, cool. Was macht... Nein! Ich hasse dein Level. Super Zocki. Es ist einfach... Du merkst ja, wo gerade die Schwierigkeit ist. Man kommt einfach... Also, natürlich schafft man das, aber... Es ist so gemacht, dass es einfach nervt. Nach zwei Versuchen, weil man eben wieder diese langweiligen Passagen... ...überbrücken muss. Ach, Mann. Ach, Mann. Dann das Level von... Nässerkeks. Hey, du kannst nur durch eine Farbe springen. Merke dir, diese Rennfolge und beantwortet anschließend. Äh, frei, richtig. Viel Spaß beim Spielen. Was? Ich kann nur durch eine Farbe springen. Was meint ihr damit? Ach, Mann. Was meint ihr damit? Ich denke mal rot. Warte. Oh Gott, ich kriege jetzt schon AIDS. Ja! Ich hatte recht. Ja, ich hatte schon wieder recht. Jetzt ist es bestimmt nicht blau, oder? Nee. Dann... Penisfarbe. Was? Oder da ganz oben? Ich glaube nicht, dass es grün ist. Tatsache, es ist echt grün. Okay. Kann man mal machen. Ja! Schon wieder unten? Nee. Ah, gelb. Okay. Nette Idee. Äh, äh. Boah. Äh. Hä? Ah! Checkpoint! In welcher Reihenfolge waren die Farben? Oh Gott. Oh mein Gott. Stimmt, da war ja was. Ich sollte mir ja irgendwas merken. Äh. Äh. So. Ist das gemacht? Grünwasser zum Schluss auf jeden Fall. Davor war es rot. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich habe einfach ein Gedächtnis von einem... Weiß ich nicht, was für ein Ding. Ich glaube gelb, ne? Ich glaube gelb. Mal! Scheiße, ey. Ja, gelb. Gap, gap, gap. Gap, gap. Ja, guck mal. Kann es das erste schon mal nicht sein. Das ist doch toll. Äh. Gibt es da noch mehr Entscheidungen? Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Äh. Okay, okay. Ich bin mir sicher. Ja, genau da lang. Ja! Ja, nein. Oh Gott sei Dank. Hä? Äh. Oh, fuck. Oh. Oh. Ich lebe einfach noch. Oh, aber ich surfe nach vorne. Ja. Ja. Komm schon weiter. Und. Dö, dö, dö. Haha. Cool. Das hat bestimmt auch noch keiner geschafft. Und nochmal, komm. Yeah. Ich bin der Coolste. So, bevor wir sterben, lieber aufhören. GLP.TV Fruit Run von Kretus. Hey, du Mogole. Das ist ein Mogole. Ich kenne Mongole, aber kein Mogole. Nein, ich habe nichts mehr zu sagen. Okay. Ähm. Hi GLP, dies ist mein zweites Level. Mein erstes Level kennst du ja bereits. Kenn ich? In diesem Level wollte ich mich an einem Bot Run versuchen. Leider konnte ich das Level nicht länger machen, da ich keine Shapes mehr hatte. Okay. Ah, ah, oh ne. Ja, oh fuck. Oh. Naja, du hättest es einfach nicht so mit den Dingern übertreiben dürfen. Boah, heftig. Das war richtig krass. Richtig krass war das. Don't move. Toilette. Inside Art. Robeswing. Oh, das ist, Alter, wie alt ist das denn bitte? Krass. Ja, egal. Oh, nee. Oh, ja. Ah. Oh, ja. Los, alter Mann. Du schaffst das. Du, 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 du. Schau, du. Ja, geil. Wie lahm das ist. Kann ich hier lang? Muss ich hier lang? Ach so. Oh, alter, dass ich mir da jetzt nichts gebrochen habe. Komm, komm, komm. Los, los, los. Ja. Nein, zwei Stück fehlen mir. Das war ein Schuss in den Ofen. Knall ihm wogegen. Komm, knall ihm wogegen. Ja, schön. So mag ich das. Richtig sexy ist das. Oh, ja. Richtig sexy. DM. Short. Ah. Ach, äh, äh, bitte den nehmen. Okay. Einfach nicht bewegen. Oh, nee, er ist tot. Gott. Da, 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 da. Hä? Hab ich da gerade eine Münze eingesammelt? Oder warum hab ich das jetzt? Ich versteh das Spiel ja nicht. Obstakel Kurs. Nur falsch geschrieben. Hey, Manu und andere. Ich hab mich mal an einem Obstakel Kurs versucht. Und hoffe, euch gefällt's. Bewertet fair. Es ist machbar. Hä? Äh, aah. Ich bewege mich gar. Also, ich drück gerade gar nichts mehr. Alter, er scha... Komm, komm. Ist da das Ziel? Alter, aber wie weit ist... Ey, guckt's euch an. Irgendwo sieht man auch hier auch, wie... Ich meine, meine, äh, Tasten geklickt habe. Gedrückt habe. Oder? Ja, da. Guckt's euch an. Ich hab, glaub ich... Hab ich echt nur einmal nach oben getippt? Ja! Ich hab einfach nur einmal nach oben getippt. Und das war dann das Ergebnis. Wie abgefuckt. Krass, Mann. Warte mal. Nochmal? Wird jetzt wahrscheinlich nicht genauso sein. Ja, obwohl... Doch. Ziemlich ähnlich. Go! Oh Gott. Nein! 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 Ach, Mann. Mach mal. Diesmal habe ich viel, viel länger gedrückt gehalten. Als vorher. Krass. Ich bin einfach das achte Weltwunder. Nein, 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 nein. Nein! Tod. Das tut mir leid. Komm, fahr. Oh, nee. Das war auch schon wieder richtig heftig. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh nein. Was passiert denn mit mir? Nein! Er fährt ohne mich weiter. Schade. Komm, komm, nach vorne. Nach vorne. Kipp, 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 kipp. Kipp, kipp, kipp. Oh! Dann halt nicht. Warte mal. So. Flieg! Oh Gott. Ja. Es war klar, dass es irgendwann mal passieren muss. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Okay, ich habe Timmy noch. Cool. Ja. Tschüss, Timmy. Alter. Komm, einfach durch. Nee, 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 nee. Nee, nee. Nein! Ich bin gerade vorbei. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich war für beide Ziele ignoriert. Okay. Kann man machen. Kann man machen. Äh. Ratsch. Ja, ich will Ratsch. Kenn ich das schon? Ich weiß es nicht. Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Oh, 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 oh. Nein! Na. Boah. Fuck. Ja. Schönes Ende. Schönes Ende. So möchte doch jeder von uns sterben. Oh, nee. Oh. Ah. Ah, fuck. Um nochmal zu den Spielen zurückzukommen. Ich muss sagen, ich habe mir aber auch echt viel, viel mehr von den Konsolen erhofft. Da kommt ja nichts raus. Das ist heftig. Also mir kann doch keiner sagen, dass da ein großer Unterschied ist zu dem, äh, zu dem Wii U-Launch. Da habe ich aber das Gefühl, dass bei der Wii U schneller gute Spiele rauskamen. Und so weit wie, ich weiß nicht, Assassin's Creed oder so zählt für mich jetzt nicht, weil das sind Spiele, die auch für die Xbox 360 rausgekommen sind. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich stimmt, aber ich habe halt echt das Gefühl, als wenn da nichts passieren würde. Für die PS4 habe ich bis jetzt, äh, in Famous Second Son durchgespielt, zweimal hintereinander. War echt gut. Kann man nichts gegen sagen. Äh, wollte jetzt aber auch kein Let's Play zu machen. Und sonst nur noch Don't Starve zwischendurch mal. Bei der Xbox One nur das, äh, das Rising Let's Play mit Zombie. Das könnt ihr euch gerne angucken. Das ist irgendwo auf dem Kanal. Und ihr müsst die Playlist suchen. Oh Gott. Oh nee, oh nee, oh na. Oh Mann. Das ist ein Scheiß. Tschüss, Timmy. Oh Gott. Ich habe voll Angst, dass die Harpune dann auf einmal... Ja, geil. Wie nur mein Kopf trifft, wenn die da in meinem Fahrrad feststeckt, aber... Ja, Leute. Erstellt mehr Level. Erstellt mehr Level. Gay Shop. Powerbred. Twerk, twerk, twerk. Gay Shop. Das war's. Okay. Können wir gerne, äh, schlecht bewerten, das, äh, das Level. Äh, dem Short Foot Run Obstacle Course, ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal hier rein. Hallo? Oh, das haben wir bestimmt schon gespielt, aber... Egal. Egal. Yeah. Manuel für Präsident. Oh ja. Oh Gott, oh nee, oh Gott. Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Oh. Okay. Nee, nee, nee. Was, 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 was? Nein. Oh. Okay. Oh nee, oh nee, oh Gott, oh nee. Ja, das kenne ich auf jeden Fall. Oh oh. Oh oh, nein. Ja, geiles Quiz. Auf jeden Fall. Oh. Hatte mal. Yeah. 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 Ey. Ey, oh nee. Komm, komm, Timmy. Ja. Ich hab ihn, ich hab ihn. Komm schon. Okay. So. Komm. Komm schon. Los. Oh, ist ja ätzend, Alter. Komm. Ja. Komm, nee, 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 nee. Scheiße. Oh, nee, oh, nee. Ah, oh, oh. Oh nein. Nein. Wahrscheinlich hätte ich mich auch einfach dagegen rammen können oder so und das hätte geklappt. Warte mal. Nicht verzagen. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen viel Glück kann ich das irgendwie aufschlagen. Ah, ich glaube aber nicht, dass das klappen würde. Ist einfach zu dick dafür. Wäre das cool, wenn ich das jetzt so irgendwie schaffen würde. Warte mal, wenn ich Timmy nehme. So, hier, da habe ich ein gutes Hilfsmittel bekommen. Ja. Oh, oh, es hat sich ein bisschen bewegt. Es hat sich ein bisschen bewegt. Komm schon, Physik, es hilft mir doch. Komm, wirf das Kind einfach dagegen. Oh, mit ein bisschen Glück. Boah, was macht der denn mit dem Kind, ey? Ein bisschen Glück wandert es weiter nach links und... Ja, obwohl, das wird wohl nix. Jetzt. Alter. Scheißteil. Jetzt gehe doch auf. Ah, ja, ja, ich mach den Delfin, ich bin cool. Ah, schade. Richtig schade. Aber ich würde sagen, das war's. Wenn ihr den Papp bewerten würdet. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. Tschüss, bis dann. 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 Bis zum nächsten Mal.